Die Musik wird schon wieder so angespannt. Irgendwas ist doch hier. Irgendwas wird doch hier passieren. Ich weiß es genau. Wir sind auf jeden Fall wieder geheilt, aber wir brauchen Essen. Unbedingt. Unbedingt brauchen wir Essen. Oh, wirklich, Alter? Der weg. Shit. Keine Musik. Musik. La 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 la. Da. Kommt da was? Hallo? Da war doch gerade einer. Oh, unsere Hüte. Das ist unsere Hüte, ne? Ja, erstmal schlafen gehen. Hä, wo ist der hin? Oh Mann, wir brauchen was zu essen. Wir haben nichts mehr zu essen. Mann. Wir haben nichts zu essen. Und der Titty ist hier drin. Brauchen unbedingt Essen. Schleiche, um nicht gehört zu werden. Ah, okay. Ist gut. Oh, jetzt regnet es auch noch. Ich gucke jetzt erstmal, dass wir was zu essen kriegen, irgendwie. Ähm. Vielleicht können wir am Anfang nochmal gucken gehen. Im Anfangsgebiet. Kann ich? Warte mal. Ich kann doch hier abbiegen, oder? Oder nicht? Oh, die Musik voll schön. Da gehe ich gleich nochmal hin. Erstmal wegen Essen gucken. Bevor die wegsterben, die Kleinen. Wie düster es hier ist. Gibt's hier nichts zu essen? Ne. Alter, wie gemein das war. Ja, ich weiß. Ich gebe mir ja Mühe, Mann, aber. Mann. Er gibt's hier wirklich nichts zu essen? Oh, Mann. Ich will nicht, dass er wegstirbt. Mann, die sind doch sonst immer Büsche gewesen. Oh, nein. Ich beeile mich. Versuche irgendwas zu finden. Aber hier sind keine Büsche mehr. Kann ich hier drin schlafen? Aber dann sterben die. Nein, geht nicht. Wo ist der Kleine? Oh, der ist voll ausgepowert. Komm mit. Nein, den anderen. Oh, Mann. Oh, komm. Wir müssen irgendwie... Irgendwie Essen finden. Gibt's hier nicht irgendwo mal in so einem Busch oder so? Hier waren doch so viele Büsche gewesen. Kein Essen. Kein Essen hier? Das gibt's doch nicht. Er stirbt weg, ne? No way. No fucking way. No fucking way. Ich hasse das Spiel jetzt schon. Ich hasse das Spiel. Ich hasse das Spiel. Ich hasse es. Ich liebe es und hasse es zugleich. Das gibt's doch nicht. Hier waren doch tausend Büsche gewesen. Alter, wie viel Müll hier einfach ist. Mann. Toll. Alter. Oh, Mann. Oh, Mutual Hug. Mann. Noch ein Menü. Das ist so sad. Okay. Okay. Nicht mal eine Maus gibt es hier oder so, ne? Da oben waren wir noch gar nicht. Ah, die Nacht ist schon wieder vorbei gleich, ne? Ich würde echt gerne mal hier lang gehen irgendwo. Ging es nicht hier auch irgendwo lang? Hier. Hier geht es, oder? Hier. Gibt es hier irgendwo was zu essen? Ah, Alter. Da war was zu essen gewesen. Da. Oh, ernsthaft? Diese blöde Taube, ne? Mann, wir haben Hunger. Da hat einer abgekotzt, ne? Hier oben ist Essen. Wie kommen wir denn da hin? Ah, hier. Scheiße. Wir werden wieder einen Werbein verlieren, ne? Das ist doch nicht wahr. Oh, nein. Hier gibt es nichts zu essen, ne? Gibt es nichts zu essen hier in der Nähe? Wahrscheinlich haben wir auch noch den, den verloren. Oh, da gibt es Essen. Und der steht da. Ernsthaft? Oh, hier. Oh, da gibt es hier. Ich weiß nicht, kann sein, dass es nicht wieder Spawns leppert. Hier war okay, das ist das Essen, was ich da rieche. Gott sei Dank, hier gibt es ein bisschen mehr. Wir sollten jetzt auf jeden Fall schleunigst nach Hause. Hier geht es ja anscheinend auch nicht lang. Hier ist eine Müllkippe, glaube ich. Der ist auf jeden Fall hinten am Wandern. Das Problem ist halt, wir müssen halt in die Richtung, wo er da läuft. Das ist halt so das große... Okay, er geht da lang, das ist schon mal gut. Dann können wir jetzt losrennen. Dann lassen wir schnell nach Hause schlafen. Und dann gehen wir direkt wieder ins Gebiet, wo wir jetzt eigentlich unterwegs sind. Dann schlafen wir hier... Oh nein. Nee! Oh nein. Oh nein. Komm her, ich päppel dich wieder auf. Oh Mann. Dieses Spiel, ne? Das spielt aber auch mit den Gefühlen. Unglaublich. Einen haben wir schon verloren. Oh Mann. Wie traurig. Okay, da gucken wir mal nach 20, wie wir jetzt wieder rüberkommen. Also, wir müssen da lang. Das heißt, einen nach unten, einen nach rechts. Okay. Let's go. Äh, ja. Hier hoch. Müsste richtig sein. Okay. How, how I make it. Ist es das Mädchen, was da singt? Vielleicht. Vielleicht. Voll schön. Look at your controls. Okay. Äh, Steuerung. Weichen. Spürsinn. Bewegen. Kamera. Kuscheln. Ah, lol. Na, lol. Na, lol. Mit dem anderen auch. Na, lol. Voll schön. Ha, nice. Okay, aber Essen ist immer noch das große Problem, ne? Mal eben was zu trinken, ne? Müß auch mal was trinken. So. Okay. Let's go. Alter, Essen. Wir brauchen unbedingt Essen. Und wo wollten wir lang eigentlich jetzt? Hinten nochmal rum? Ja, ne? Oder wir gehen oben rum? An dem Ereignis entlang. Jetzt quasi einfach hier lang. Der sieht uns ja hier nicht, ne? Oh doch. Oh doch, der sieht uns. Oder auch nicht mehr jetzt. Mann, wir brauchen Essen. In der Kükenfabrik gibt's bestimmt genug Essen. Da würd ich verwetten. So, jetzt lassen wir mal gucken. Äh, genau. Wir gehen rauf und dann da lang. Da waren wir, glaub ich, noch gar nicht. Wer gibt's hier Essen? Jetzt sind wir auf der anderen Seite. Hier. Hier in diesen Dings. Schwupps. Happy Goops. Ich weiß nicht, ob das Auswirkungen hat, dass man so eine Chemikalienscheiße da frisst. Ich weiß es nicht. Das bestimmt keine gute Idee. Wenn ich das so sagen darf. Okay, wo kommen wir denn hier hin? Okay. Happy Cuties! Du bekommst bald mutierte Füchse. Ja, ich glaube auch. Mit Superkräften. Ja! Ah, natürlich. Okay. Hier ist schon mal Sackgasse. Da kommen wir also nicht weiter, ne? Ah, guck mal der. Ach, guck mal. Der Wilderer ist da. Wo wir gerade die Markierung gesetzt haben. Okay. Wir sollten auf jeden Fall nach Hause. Das Problem ist, wir haben genau die Markierung für den Wilderer da gesetzt, wo wir langen müssen. Wir sind so schlau. Das ist halt völlig blöd. Natürlich. Da müssen wir halt außen rum gehen. Oh, der weiß, wo wir sind. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Er kommt. Oh, shit. Er kommt. Oh, shit. Er kommt. Oh, shit. Nach Hause, ne? Nach Hause gehen wir nicht. Puppies. Puppies. Cutie Puppies. Oh, nein. The wildlife. Oh, nein. The wildlife. Alter. Puh. Okay. The bad guy is now your friend. It may help you. Okay. Äh. Da, ne? Das heißt. Okay. Oh, nein. Take me home, ja. Können wir einfach durchrennen durch den? Geht das? Nö. 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 Scheiße, man. Oh, jetzt ist der da. Ablenkungsort. Ja. Ähm. Shit. Kann ich einfach durchrennen. Oh, nein. Oh, nein. Egal. 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 Weiter. 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 Schnell weiter. Wir müssen schlafen gehen. Und wir brauchen wieder was zu essen. Das alltägliche Problem. Essen. Na, komm schon. Komm schon. Aber wo... Da hinten stehen irgendwelche Leute? Der eine, die gesungen hatte vorhin? Da ist unsere Hütte. Wir müssen mal den Waschbären. Vielleicht hilft er uns jetzt, ne? Ist, glaube ich... ...ne gute Idee. So, schlafen wir mal ein bisschen. Wo ist denn... Wo ist denn der... Nooo! Wo ist denn der Dax, der... ...den Dax, den wir haben? Unser Freund. Ähm. Where is my friend? Where is my friend? Da unten. Äh. Wie kommt man denn da hin? Also einmal... ...da durch den Kreisel. Also andere Richtung. Durch den Kreisel. Bei dem... Okay. Und dann da lang. Okay. Und dann kommen wir jetzt auch hier lang. Also in die andere Richtung. Hier lang. Dann wollen wir mal... Oh, nein. Gleich. Essen. Erstmal essen. Und unbedingt essen. So, warte mal. Wir müssen jetzt den Kreisel oben lang, ne? Oh, der Jäger ist nicht da. Andere Richtung. Hier runter, ja. Nächster auch wieder runter. Oh, ist sogar hier schon. Okay. Okay, mit so einem Fahrzeug... Mit so einem Fahrzeug weg. Irgendwie wegtransportiert. Okay, jetzt hier lang und dann um die Ecke. Oh, wir wollen unbedingt essen, ne? Ach, das ist nur eine Abkürzung, ne? Ach, das ist nur eine... Ach, das ist nur eine Abkürzung. Oh. Oh, und wir kriegen sogar... Oh. Oh. Zum Aufheben. Oh. Okay. Danke für den Tipp. Ich hab' das Gefühl, das sieht immer schlimmer hier. So viele Tage, wie wir vergehen. Guck' wie das hier aussieht mittlerweile. Boah, Alter. Voll die Müllkippe. Die Menschen, ne? Die Menschen machen alles kaputt. Das ist einfach so. Das ist... Der Mensch beutet komplett alles aus, bis es nicht mehr geht. Bis alles erschöpft ist und dann... Scheiß drauf. So ist die Menschheit. Ich mag aber noch den Spruch von Terminator. Äh, es liegt in der Menschheit, sich selbst zu zerstören. Das ist einfach so. Das... Das ist einfach so und das wird doch so bleiben. Oh, kommen wir jetzt an denen vorbei? Voll schön. Voll schön. Okay, weiter. Okay, weiter.